happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble heute ist freitag ich spiele free fire max und ich werde spielen battle royale ranked und danach cs ranked und schauen was da rumkommt viel spaß so ich mache das ich spring runter es sind 40 grad zu geschenkboxen dort überall verteilt auf der map ich zerstelle uns zwei geschenkboxen reine und benutze die waffen die da drin sind und wechsel die mich deswegen mal schauen was da für waffen drin sind sagen wir dann meistens immer eine pp4 am anfang drin aber es variiert ja mal dahinten ist schon eine da rennen wir mal sofort hin zerstellen die box und schauen was drin ist was haben wir hier drin und wo ist die nächste erst mache ich die boxen auf und dann sammle ich das ein was der computer sagt aber erst die boxen dahinten ist eine was für ein gewehr ist das eine ac 50 80 ac 80 oh warte mal meine güte so und ein maschinengewehr ach ne hier die dinges wie ist die wie hieß die M14 so jetzt habe ich das ein was der computer sagt Boah was ich jetzt? Es hat ein Töt gemacht. ok ich bin jetzt ein bisschen aufgewärmt jetzt kommt CS rankit und da legen wir richtig los und auch nicht CS rankit ist heftig schauen wir mal und die zweite runde geht um CS rankit das First Blood Allan ist ein Double kill Triple kill Thanks Still on cooldown Was wird Kein Problem. Kein Problem. Nice, also nicht von mir, aber... ...need equipment. So, jetzt ist schnell hoch. Danke. Danke. Okay, okay, okay. Double kill. Shit. Das habe ich. Hier gibt's Ressourcen. Thanks. Hier gibt's Ressourcen. Need Equipment. Hm, was mache ich denn hier? Hier gibt's Ressourcen. Nein. Meine Güte. Das war ich gerade voll durchsühlen. Danke. 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 Ich bin Gold 2 jetzt. Nice. Ja. Zwei Kills. 600 Schaden gemacht. Der war besser. 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 Ich war der zweitschlechteste in dem Spiel. Na gut. Aber gewonnen. Ach, das war's ja schon. Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch selber seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.